Diese Trommel kommt aus Guinea, besteht aus Lenkerholz, ein sehr hartes Holz, hervorragend geeignet um Djembe daraus zu bauen, ein Feldwegmesser von 34 cm, die Trommel hat eine Höhe von 60 cm, ist sehr sauber ausgearbeitet von innen, so sieht der gesamte Korbus aus. Und so klingt die Trommel. Untertitelung des ZDF, 2020